Schade, schade, schade. Jetzt würden Sie ja schon gern wissen, wie es weitergeht. Das können Sie auch. Mit MediaVision, da haben Sie die ganze Zukunft des Fernsehens. Holen Sie sich Premiere World über Kabel und dazu viele Programme extra. Jetzt MediaVision. 0800 330 3366 oder mt-Punkt. Es läuft etwas gründlich schief im putzigen Happy-Nintendo-Land. Super Smash Brothers. Jetzt können deine Lieblingshelden mal zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Ein Vierspieler-Bam-Bam der ungewöhnlichen Art. Super Smash Brothers. Exklusiv für Nintendo 64. Das volle Programm bekommen Sie natürlich über Kabel. Wie? Sie haben keinen Kabelanschluss? Schade, schade, schade. Jetzt anrufen. 0800 330 3366. Dashing through the snow and a one-horse open sleigh. Coleman Productions presents a Gary Coleman Christmas with all your old-time favorites. La 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 la. All is calm. All is bright. What you talking about, Gary? There's only one Christmas CD that rocks. Get the all-new A Very Special Christmas Live. It's gonna rock your Christmas. Hello and Goodbye von Jacobus Spielberg. Stimmen zum Millennium. Dazu die Rattrex-CD hält das Gelder. Jetzt im aktuellen Rolling Stone. This is Earth. If you can decode this message, now is a good time to visit our planet. For there is an event taking place which we call the Millennium. And we will mark this event with one of our greatest rituals. The Party. There will be millions of these parties taking place on Earth. Some will have what we call music. Some will have what we call dancing. Some parties will be very large. And some will be very small. Some will have people in strange costumes. And some will have people in even stranger costumes. But if the party doesn't serve one of these, you're either at the wrong party or on the wrong planet. MTV auf einem Screen. Denkst du? MTV auf zwei Screens. Bieten wir. PC und TV. MTV füllt deine beiden Bildschirme und das mit deinem wöchentlichen Update. 30 Titel warten darauf, gesendet zu werden. Und du bestimmst, welches Video es schafft. Klick dich durchs Netz. Wähle jede Woche deine fünf Favoriten und zap dich zu deinem Programm. MTV Webchart. Samstags um 15 Uhr.